Ja, servus Leute. Es geschehen noch Zeichen und Wunder in Deutschland, denn es gibt gute Nachrichten bezüglich Tesla und der geplanten Gigafactory in Brandenburg. Wie rbb24.de jetzt berichtet, darf Tesla in Grünheide den Nutzwald weiter abholzen. Dabei handelt es sich ja um eine Monokultur aus Kiefern, die nach meinem Kenntnisstand sowieso erntereif sind und sowieso zur Abholzung vorgesehen waren. Das Oberverwaltungsgericht Berlin hat den Eilantrag der Grünen Liga und des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. gegen die vorzeitige Gestattung der Waldrodung mittlerweile zurückgewiesen. In der Begründung des OVG heißt es unter anderem, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für den vorzeitigen Beginn der Errichtung der Anlage zu Recht bejaht worden sind. Gemäß Informationen des rbb24 ist der Beschluss unanfechtbar. Das heißt, die Rodungsarbeiten können weitergehen und ich gehe mal davon aus, dass spätestens Mitte nächster Woche die Rodungsarbeiten abgeschlossen sein werden, wenn Tesla das hohe Tempo der bisherigen Rodungsarbeiten aufrechterhält. Ich bin sehr erleichtert, dass das OVG die vorzeitige Genehmigung für die Rodungsarbeiten als rechtskonform angesehen hat und damit jetzt auch die Rodungsarbeiten weitergehen können. Denn das ist natürlich für den Industriestandort Deutschland und auch für die Region dort in Brandenburg von enormer Bedeutung und Wichtigkeit. Und man muss immer noch bedenken, es handelt sich um ein ausgewiesenes Industriegebiet. Es handelt sich um einen Nutzwald, der mit einer Monokultur von Kiefern bepflanzt ist, die, wie schon erwähnt, nach meinem Kenntnisstand erndereif sind und sowieso jetzt irgendwann zur Pappe verarbeitet worden wären. Es handelt sich also nicht um ein Naturschutzgebiet oder um einen besonders wertvollen Wald, sondern einfach um eine Industriefläche. Und deshalb begrüße ich den Beschluss wirklich von ganzem Herzen und ich hoffe, dass der weitere Verlauf des Baugenehmigungsverfahrens ordnungsgemäß abläuft und unnötige Störungen ausbleiben. Das ist aber wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Dennoch muss ich auch klar betonen, Tesla muss sich natürlich genauso an die geltenden Rechte und Gesetze halten wie jeder andere Bauherr auch. Und ich gehe auch davon aus, dass das so kommen wird und ich drücke aber fest die Daumen, dass die Gigafactory wirklich im Jahr 2021, das wäre natürlich eine Rekordzeit für Deutschland, ihre Produktion, ihre Arbeit aufnehmen kann. Ja, das soll es dann schon für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall natürlich ein Abo. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo. Also, da seh die, um selber auf den Anregungen.